Ja, jetzt ist es vorbei. Ist das unnötig. 1,54 zu 2,11 Expected Goals. Und daran hänge ich direkt mein Spielfazit dran. Bei Bremen darfst du auch nicht vergessen, dass da glaube ich 0,77 von der Elfmeter sind. Also es ist ein Spiel, was du im Leben nicht verlieren musst. Im Leben nicht, wirklich nicht. Was man Jungs ein bisschen angreifen kann vielleicht, ist, dass es halt, es war jetzt nicht diese Gierigkeit, diese Giftigkeit, wie du im Heimstuhl gegen Frankfurt zum Beispiel hattest und sowas. Es war schon teilweise ein bisschen ruhiger, behutsamer, wie auch immer. Es war jetzt auch, deswegen, bevor jetzt die ganze Schwarzmalerei kommt, es war jetzt auch kein schlimmer Auftritt, kein was weiß ich was so. Und wie das ganze Spiel schon gesagt, es war ein auch unfassbar großes Pech im gesamten Spielverlauf. Du kommst direkt rein, hast eine große Chance mit Undaf, oder die erste Chance mit Undaf. Bremen hatte eigentlich keine ernstzunehmende Chance. Abschluss vorm Elfer halt, klarer Elfmeter, 1-0, duksch, eiskalt. Riesenchance unter vor der Halbzeit, Kopfball, Latte, volle Linie, mit ein bisschen mehr Glück ist er drin. Der macht eigentlich quasi nichts falsch bei diesem Kopfball. Deshalb auch da der Vergleich, Brand, Atletico, macht wenig falsch, wenig bis nichts falsch, geht halt nicht rein. Zweite Halbzeit dann auch, Riesenchance, Leveling, kann er mal ablegen vielleicht. Direkt im Gegenzug fällst 2-0 durch duksch. Duksch ist ja auch eine diskutierte Person, sag ich mal. Das ist auch Spielverlauf, Fußballgott mäßig, sag ich mal. Klar, dass genau der trifft gegen uns, hat nur noch ein Woltemar, der gefehlt, der ein gutes Spiel gemacht hat, der vermutlich ein Neuzugang für uns im Sommer. Hat es auch noch andere Chancen vorne. Tor gemacht mit Undaf, reingestochert. Millimeter-Entscheidung beim Abseits, leider, das hätte es wahrscheinlich nicht wiederbekommen, der 88. Vom gesamten Spielverlauf her, hat es heute leider nicht sein sollen. So Spiele gibt es halt leider. Wie gesagt, auch da wieder Thema Downfall, Thema zu viel negativ reden, Thema, wo stand man vor einem Jahr? Aber generell dieses Thema, über was reden wir hier, sag ich mal. Über was reden wir hier? Wir reden hier vom Platz 3, der jetzt mal in Bremen verloren hat, der es aber auch nicht verloren hat, weil er zu schlecht war oder weil er klar verloren hat. Das Spiel kann hier mindestens unschieden ausgehen, nach X-Goals, nach Chancen, nach Spielverlauf, nach dies und das. Es hat heute halt nicht sein sollen, vom Spielverlauf zu spielen. Da hast du halt drin. Hatten wir brutal selten drin die Saison. Deswegen sind wir ja Dritter, deswegen auch da. Dritter Platz, Thema, worüber sprechen wir hier? Thema, fünfter Platz ist sehr wahrscheinlich auch Champions League. Den brauchen wir aber im Zweifel wahrscheinlich nicht mal den fünften Platz. Dritter, Vierter werden, Champions League hier. Stuttgart International, wenn man es hier sieht. Man sieht es hier. Man darf sich aufregen. Du musst den Bremen nicht verlieren. Nach der aktuellen Lage auch nicht verlieren dort. Sportlich gesehen musst du nicht verlieren. War jetzt natürlich kein tolles Spiel oder kein besonders gutes Spiel. Es hätte sich verloren, ist ja auch klar. Aber es war jetzt auch kein Downfall, keine schlimme Leistung, kein Nichts. Passiert halt. Darf man Jungs auch mal zugestehen. Wir sind weiterhin Dritter, spielen weiterhin zu, alleine durch Platz 5, der quasi zu 99% sicher ist, spielen wir auch zu 99% Champions League sicher. Nächste Woche in Leverkusen, wieder aufbäumen. Bayern hast du noch, Augsburg auswärts, Gladbach zu Hause. Also geile Spiele vor dir, geile Stimmungsspiele vor dir. Auch heute wieder Stimmung geil gewesen von VfB-Auswärtsfans. Das sind vor allem die, die mir so mit am meisten leidtun. Das ist auch aus einer ganz simplen Zeitargumentation, sag ich mal. Weil Bremen ist nicht die nächste Auswärtsfahrt. Also für die tut es mir ein bisschen weh, dass du gerade in der Saison mit dem Support auch und eben gerade in der Saison, wo du ja quasi keine Spiele verlierst oder selten Spiele verlierst. Platz 3, Platz 3 Saison, Champions League Saison spielst. Sondern gerade so ein Spiel in Bremen erwischt, wo dann, was weiß ich, wie lange da hochfährst und runterfährst. Den Sonntag quasi hergibst. Für die tut es mir leid, am meisten wie für die vor Ort, die gerade mal diesen Ausrutscher mal wieder gesehen haben, mal wieder einen Ausrutscher zu sehen bekommen haben auswärts. Ja, aber wie gesagt, kein Ausrutscher in dem Sinne, dass es irgendwie dramatisch wäre, dramatisch schlecht war. Mit ein bisschen mehr Glück, mit ein bisschen mehr Spielverlauf auf unserer Seite ist undarf mit einem Zentimeter nicht im Abseits und kriegst einen Elfmeter. Ist undarf nicht mit einem Zentimeter zu hoch angesetzt von der Latte, sondern vielleicht ein bisschen tiefer ist das Ding drin. Heute war ein absolutes Spielverlauf-Ding. Hat kurz das Gefühl nach 2-1, kommst du vielleicht nochmal ran, vielleicht holst du es 2-2 nochmal. Hast halt verloren, tut weh. Für Bremen freut es mich in irgendeiner Form. Wie gesagt, für das Spiel jetzt hier nicht, persönlich für das Spiel nicht. Aber ganz generell, dass sie damit wahrscheinlich sehr raus sind aus dem Abstiegskampf. Gerne drinbleiben in der Liga Bremen, wie schon mit Nico angesprochen auch. Tut weh heute, aber tut jetzt nicht so viel weh, sag ich mal, für mich, um da jetzt drauf zu hauen. Ich glaube, darauf will ich vor allem, glaube ich, hinaus, ist unnötig. Leverkusen wird ein neues Spiel. Da ist jede Form von Punkten, jede Form von zählbarem, zählbarem, ist was Geiles in Leverkusen. Danach gegen die Bayern zu Hause wird ein geiles Spiel, wird geile Stimmung. Da kannst du auch was holen. In Augsburg wird eine geile Stimmung auswärts gegen Gladbach. So wie es letzter Spieltag. Freuen wir uns darauf, freuen wir uns mehr über das, was passiert ist bisher. Über das, was noch passieren wird diese Saison. Diese Saison wird zu 99 Prozent mit Champions League abgeschlossen werden. So offensiv kann man ja mittlerweile damit umgehen mit dem Thema. Wieder hier, international, so. Liebe über das, freuen wir uns, was wir haben, als da jetzt wegen einem 2-1 in Bremen, das auch vom Spielverlauf, wie gesagt, überhaupt nicht sein muss. Spiel das Spiel 9 von 10 Malen. Du spielst hier nicht 2-1, sondern mal mindestens 2-2. Deswegen lieber das weiter genießen, das weiter feiern, was bisher erreicht wurde. Dritter, du spielst wahrscheinlich Champions League. Spielst eine wahnsinnige Saison. Letztes Jahr noch 16. Saison davor. 16. Es ist eine wahnsinnige Saison. Muss heute nicht sein. Tut weh heute. Ist eklig. Tut es vor allem für die Auswärtsfans. Weh, die halt richtig, richtig den Zeitaufwand reingesteckt haben, um da hochzufahren, Runde zu fahren, wieder nach Stuttgart. Aber fangt mir nicht an mit Downfall. Fangt nicht an mit, was weiß ich, mit Kritik, die über irgendwas hinausschlägt. Die Mannschaft hat es nicht verdient. Auch heute nicht verdient. Auch wenn man verloren hat. Eglicher Spielverlauf läuft vielleicht mal anders. Heute halt nicht. Dafür hat man aber auch zu wenig Spiele die Saison, die so eklig gelaufen sind. Viel mehr Spiele, die einfach geil gelaufen sind. Auch verdient gelaufen sind. Heute halt mal, ich sag mal Anführungszeichen, unverdient verloren. Passiert halt mal. Das ist dann mal in Bremen passiert. Der Sonntagfluch bleibt ein bisschen bestehen. Muss man auch sagen. Der bleibt ein bisschen bestehen, der Sonntagfluch. Plus auch Bremen. Es bleibt dabei. Bremen hat nach Führung noch kein Spiel verloren. Das muss, glaube ich, die 13. 14. Führung gewesen sein. Auch das haben sie dann nicht verloren. Also auch da. Statistiken hier und da. Belächeln manchmal. Aber sie bestätigen es sich auch manchmal. Aber wie gesagt, Traufhauen ist für mich wieder unnötig. Guck mal weiter. Nächstes Mal Leberküsten wird ein geiles Spiel. Der spielt auch hier auch keine Aussage. Nur weil wir jetzt in Bremen verlieren, kriegt man Leverkusen aufs Maul. Oder nur weil wir in Bremen verlieren, kriegt man gegen Bayern aufs Maul. Hat keinen Zusammenhang. Wie gesagt, wie das Thema hier. Heidenheim verloren. Union verloren. Ne, das war nicht Union. Heidenheim verloren. Und Hoffenheim verloren. Danach Dortmund überragend geschlagen. Bochum verloren. Gladbach verloren. Danach Leipzig überragend geschlagen. Das muss alles sich zusammenhängen. Deswegen Kopf hoch. Die Tabelle angucken. Auch mal zweimal, dreimal angucken die Tabelle. Angucken. Über die Tabelle auch mal ein bisschen grinsen. Angucken. Sich freuen. Und dann ist, glaube ich, das 2-1 hier in Bremen auch ein bisschen verkraftbarer. Bis zum nächsten Mal.